Es ist noch so eine peinliche Aktion und Sie sind die längste Zeit General in meiner Armee gewesen. Zum Befehlen, Herr Verteidigungsminister. Frauen bei der Bundesliga. Männer, na los, was habt ihr über diesen Schmidt herausgefunden? Ich will alles wissen, Kindheit, Pubertät, Wundepunkte. Eduard Schmidt, 43 Jahre alt, seit 10 Jahren verheiratet mit Gabi Schmidt-Fröhlich, geborene Schmidt, 39 Jahre, ein Sohn, ruckzuck, 7 Jahre alt. Ruckzuck? Den Namen hat er angeblich mit Gewalt beim Standesamt durchgesetzt. Schon gut, weiter. Schon früh ist Schmidt durch seine außergewöhnliche Gewaltbereitschaft aufgefallen, er war ein besonderes Kind, wie uns Material, das wir bei ihm sichergestellt haben, beweist. Bei uns im Kindergarten gibt es drei Gruppen, die Bärchengruppe, die Mäusegruppe und meine, die GSG 9-Logadische Sondereinsatzgruppe. Hauptschulabschluss 1980, auch hier ist seine Neigung zur Gewalt deutlich zu erkennen, doch das war erst der Beginn, hier ein Fernsehbericht aus den frühen 80ern. Das hat alle die Haare angeschnitten. Das hat alle die Haare angeschnitten. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020